Hä? Ist hier niemand? Da geht's runter. Äh, hoch. Da geht's auch hoch. Der einzige Weg, den ich jetzt gerade gesehen habe, wäre maschinell. Wer wäre der hier? Ah! Es geht runter. Okay. War womöglich der richtige. Na, ein Gegner. Fehlt. Er hat ihn da auf mich zu. Ist doch voll der Vollidurt. Wieso tut er das? Naja, ich würde es eigentlich gar nicht wissen. Ja. Ich sehe aber keinen. Wo sind die? Ja, so schnell wollte ich das auch nicht wissen. Granaten werfen können sie nämlich ziemlich gut. Das muss man auf jeden Fall... Das muss man den auf jeden Fall lassen. Da hab ich ja auch mehr oder weniger von denen gelernt, wie man Granate trifft. Weil die einfach Skill haben. So. Alter! Wuh! Damit meine ich nicht hier kurz vorm Tod die Granate zu werfen, sondern allgemein die Granate zu werfen. Das war jetzt nicht so schwer. Da! Die Holo-Konsole müsste die Karte aktivieren. Ah! Ich wäre da jetzt halt vorbeigelaufen. Halos Kontrollzentrum ist hier. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, ist dieser Komplex eine Art Tempel oder Schrein. Interessant. Eine derart wichtige Einrichtung wird man wohl kaum in einem Schrein unterbringen. Cortana an Captain Keyes. Die Verbindung mit dem Captain ist weg, Cortana. Sein Schiff ist wohl aus der Reichweite oder hat technische Probleme. Versuchen Sie es weiter. Melden Sie mir, wenn der Kontakt wieder da ist und teilen Sie ihm mit, dass der Master Chief und ich die Lage des Kontrollzentrums festgestellt haben. Wir werden uns so bald wie möglich dorthin begeben. Okay. Verstanden. Fohammer Ende. Ja. 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 Das ist nicht der richtige Weg nach oben. Glaube ich. Naja. Wir haben uns halt einen anderen Weg. Ja. Da. Da auch nicht. War. Hat da wer. Äh. Ich hab den wechselt. So. Hör mal. Ah. Bin ich nah aus? Ich hab den wechselt drauf. Ich. Dusselchen. Huh. Da da. Gibt sich ja. Ey, da. Ja. Recht. Hey. Bleib stehen. Aua. Das ist jetzt ein Scherz. Das ist jetzt ein richtiger Scherz. Oh Mann. Blöde Tür. Ich geh rein. Ich komme mit. Alter. Wo ist denn auf der Seite bitte einer? Oder war das eine Granate? Ah. So geht das. Nice one. Da hast du verkackt. Übrigens voll die geile Mucke, wenn da kommt. Und jetzt ist einer da. Doch. Da 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 da. Oh. Komm schon. Komm schon. BAM. Ja. Es wäre egal was du da machst. Ich kill dich einfach. Und dann wir vorbeilaufen. Ist schon echt so eine Masche. Solltest du echt nicht weitermachen. Ich überlege gerade. Eine Muni haben wir noch frei. Komm. Wir verschießen doch noch taktisch gut. Wir stellen uns jetzt da hin. Da ist einer. Guck mal. Ich weiß auch nicht, wer getroffen hat. Wir proben uns eine neue Waffe. So. So eine andere Waffe halt. Ist vielleicht besser? Ja. Ist er. Schön, schön. Schön, schön. Hallo? Ist jemand da? Es sind voll doch einige da. Dann gehen wir doch nicht da lang. Dann gehen wir doch nicht da lang. Da wollte ich jetzt den Skiller raushängen lassen. Und so. Haha. Weißt du. Stehst du da. Gehe ich halt an der anderen Seite raus. Bobby. Dann. Ja. Mit dir. Ich schlug aber auch bis zum Geht nicht mehr. Wie seine Olle. Leben. 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 Ziehe ich nur eine Pistole? Ja. Ich wollte ihn wohl übersehen. Hier geht's raus. Hier sind wir. Und hier sind wir gekommen. Also. Zweideutig natürlich, ne? Aha. Ja. Freiheit. Vier Schüsse. Boah, das wird wieder lästig. Ich muss fest. Tür, bleibt offen. Meine Fresser. Diese Tür, die bringen mich noch um. Boah, ich fühle mich hier wie so ein Hackenpenner gerade, der so. An der Hecke halt. Nee. Nee. Weg mit dir. Ja, du frisst jetzt auch mal schön. So, wo ist der Rote? Ich hatte wohl nicht die Granate erwischt, ja. Jetzt aber. Jetzt hab er's gehört. Na, nehmen wir die mal. Arm juckelt wieder. Ja, okay. Ah. Wow, wow, wow. Da ist einer, den ich nicht möge. Ich dachte mir gerade, dass da irgendwas komisch aussieht. Alter. Da habe ich mich gerade eben erschreckt. Da habe ich mich jetzt ordentlich erschreckt. Oh, das erste Mal drauf gehen. Cortana an Echo 419. Der Chief und ich sind oben. Holen Sie uns ab. Roger, bin unterwegs. Das sind glaube ich nicht der Chief und ich. Geht weg. Ich habe euch gar nichts getan. Ja. Nein, er lebt noch. Dann kriegen wir ihn so. Das waren hoffentlich alle. Da ist mein Wort. Weg hier. Ach, warte mal. Das ist unser Flugzeug, ne? Das ist von uns. Nehmt, ich bin. Ich werde nicht X drücken. Ne, ne. Na, na. Na, na. Vorwärts! Oh, Hammer, hier sind Koordinaten und Flugplan, den ich erarbeitet habe. Äh, Cortana, das sind unterirdische Koordinaten. Die Allianz hat Tiefenscans durchgeführt. Meine Analyse zeigt, dass Halo von Tunnel-Netzwerken durchzogen ist, die den ganzen Ring umspannen. Sie haben ja sicher auch unseren Kontostand analysiert. So ein Baby ist nicht billig. Sehen wir es von der positiven Seite, Fohhammer. Das, was die Allianz am wenigsten erwartet, ist eine Luftlandung. Von unten. Überraschung. Weiter hoch geht nicht. Roger. Von hier aus werden wir den Weg schon finden. Viel Glück. Fohhammer Ende. Alles klar. Ein Geschütz. So wie wir es mögen. Steigt die Scheiße. Aua, Aua, Aua. Alles drauf. Alles drauf. So was nenne ich Logik, ne? Du siehst. Dass Schüssel kommen. Aber trotzdem reingehen. Trotzdem einfach ins Feuer reinlaufen. Das ist ganz normal. Ich wechsle nochmal die Granaten. Ah, okay. Fuck. Hoffentlich war das nicht zu laut. Ne? Boah, diese Schildviecher nerven einfach. Oh, friss Junge. Weg mit dir. Schlucken einfach so krass. Ist denn der? Ah, oben. Ich hol mir eine andere Waffe. Andere Waffe. Zum Sieg. Ich seh euch. Freunde. Neue Waffe. Die Präsenz der Allianz ist stärker als ich dachte. Sie scheinen die ganze Region im Griff zu haben. Interessant. Die Witterung sieht natürlich aus, nicht künstlich. Ob das Umweltsystem des Rings nicht richtig funktioniert? Oder ob die Konstrukteure das miserable Wetter beabsichtigt haben? Der hat mich gekillt. Der hat mich einfach gekillt. Hier ist Feuerteam Solo. Wir brauchen dringend Unterstützung, egal woher. Hört mich jemand. Ende. Dass in diesem Teil des Rings noch menschliche Streitkräfte sind? Cortana an Feuerteam Solo. Ich höre Sie. Feuerteam Solo. Hier, Cortana. Position halten. Wir sind auf dem Weg. Roger. Beeilen Sie sich. Ich muss zerstören. Das Ding. Chris. Schaden. Das Ding hat eben gecrashed. Alter. Der macht so verkackt viel Schaden, ey. Und dann voll auf einen aufgeladenen in die Fresse. Ja, jetzt bin ich weg. Gegen mich halt, ne? Keine Chance. Warum kommt einer von hinten? Das passt mir gar nicht. Ja, ich hätte sterben. 100 pro. 100 pro. 100 pro. Keine Chance. Oh, es hat mir getan. Keiner hat mich. Oh, es hat er da. Der hat keine Ahnung was an. Gebt mir doch einfach eine Chance. Mann. Da kämpft er so dumm in der Ecke da hinten. Oh, das ist natürlich praktisch. Oh, ich habe keine Muni mehr dafür. Sehr, sehr ungeil. Oh, ich habe mich gerade gefragt, was das ist. Aber es ist wohl nur ein toter Körper von einem Gegner. Nee, ich weiß auch nicht, was der da hinten gemacht hat. Bestimmt, so eine neubodische Sexpraktik. Irgendwie sowas in der Art. Guck mal, guck mal, guck mal. Alter. Hat der mir ein Geschenk. Da ist mir ein Blut an der Wand. Oh, weg mit dir. Mit dir auch. Gut, dass die Waffe auch schön akkurat ist. Also, ohne, ohne Spaß. Lick hier. Sie sind überall. Oh, weg mit dir. Nee. Wo ist der? Hinter mir. Oh, weg mit dir. Feiglinge, ey. Puh, ist echt nicht einfach. Ich glaube, ich bin grad mega schlecht. Ich brauch eine neue Waffe. Oh, cut, cut. Klein wenig geruckelt. Jawoll! Was? Unsichtbarer. Ist mich in Frieden? Also, äh... Warte, ich stifte ja eigentlich nicht. Ich stifte ja, es geht ja verfrieden gerade. Ja, ne, passt eigentlich doch. Ich stifte ja gerade den Unfrieden. Piu! Kack-Waffen, ne, ey. Oh, Leben! Leben! Ich brauch Leben! Leben! Ja! Leben! Die Kack-Waffen brauch ich nicht, ey. Die von den, äh, Felder. Viecher zu, ist viel, viel besser. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, mein Gott. Hm. Na gut. Ach, kack, die laufen jetzt raus. Dann hol ich mal doch die Pistole. Gönn ihm! Oh! Alter. Viel, der schießt. Zu nah. Eindeutig zu nah. So viel Liebe will ich von ihr gar nicht. Komm hier, weg mit dem. Nein, 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 nein. Ach, tut das weh. Geh drauf! Alter, der... Der hat mir gegeben. Da konnte ich auch nichts machen mehr. Mist. Irgendwo herkommt da diese Unterfrabe. Ah, wir haben ihn sogar getroffen. Until I'm tot! Ja. Wer den getötet hat, der Niggel. Der Niggel. Ah, Karnat. Der Niggel. Der Niggel. Ja, Mann, der Niggel. Alter. Irgendwo lebt da doch noch ein Viecher, oder? Da. Ah. Hab ich gekriegt? So. Boah, die kommen jetzt schon. Ah, weiß mal so. Ich glaube, jetzt durch die ganze verkackte Muni ballern dem einfach mal alles rein. Der Niggel hat einen Leichnam von einem Kumpel von ihm rein. Äh, irgendwie. Abgeballert. Kann ich da rüber? Ja. Praktischer. Sehr viel praktischer. Die war nicht so gut. Alter. Lol. Einer weg. Die andere Pussy. Da. Äh. Hä? Komm halt her. Sag mir nicht, dass da der Durchgang ist. Hä, warte da. Beziehungsstress mit Gegnern. Boah. Boah. Unfass. Ja. Der hat so wenig Leben. Das hätte ich gern früher gewusst. Ich bin nicht der, der so hier auf direkte nähe, körperliche Nähe mit Gegnern steht. Oh, ja. Kumpel hat mir das jetzt beim Aufzug. Mhm. Die Granate springt. Wenn wir natürlich Pech haben, dann haben wir natürlich gleich richtig geil verschissen. Aua. Was ist das denn? Denn natürlich explodiert die Granate ja am Ende auch noch, ne? Aber es ist immer noch lustig. Aber ich glaube, es war so ein Raum, wo man eigentlich alle töten konnte. Wie in allen anderen Räumen auch. Wie in allen anderen Räumen auch noch mal die Fläumen haben, wo man in der Nähe ist. Und was ist das denn, wie in allen Räumen auch noch nicht? Da ist es bei der Fläumen, wo man auch noch mehr Alkoha macht. Das hat gerade gezogen sogar. Na, guck mal da, dein Kumpel klebt an der Wand. Leg dich zu ihm. Kannst nix! Flasche! Pam, pam, pam! Das ist voll geil von hier aus durchschießen zu können. Na, wie geht's dir? Wenig Hirn rausballern, Brainstorming machen. Ja gut, der war schnicht. Obwohl ich die lustig fand. Abdämpeln. Und weiter geht's. Das hab ich jetzt grad nicht wirklich realisiert, dass ich voll an dem vorbeigelaufen bin. Easy. Easy, easy. Hä? Ah! Niko ist natürlich gerade wieder leicht ein reiner FK. Haben wir gemerkt. Aber jetzt geht's weiter. Guck mal. Guck mal. Diese kleinen Lecks, wenn der laden muss. Aber ich glaube, dass wir jetzt eine Pause machen werden. Und deswegen sag ich einfach mal, dass wir uns das nächste Mal wieder sehen. Das nächste Mal ist natürlich morgen. Also bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.